Im heutigen Video darf ich dir die Mischung Rx vorstellen und auch wenn der Name sehr ähnlich klingt wie R, sind es doch zwei völlig unterschiedliche Mischungen, Blends, die gar nichts miteinander zu tun haben. Rx ist eine wundervolle Mischung aus Lycea, Mandarine, Crepefruit, Weihrauch und Kardamom. Das Spannende an dieser Mischung ist die Kombination aus verschiedenen Zitrusölen wie eben Mandarine und Crepefruit mit diesem süßen und auch teils herben Duft und Weihrauch und Kardamom. Zitrusöle haben ja bekanntlich eine reinigende Wirkung auf unseren Körper und auch Organe wie Niere, Leber und Haut. Sie können aber natürlich auch die Stimmung ausbalancieren und uns Glücksgefühle im Alltag schenken. Dafür sind Zitrusöle großartig. Dazu kommt dann Weihrauch. Weihrauch als eins unserer kostbarsten und besondersten Öle, gibt dem Ganzen eine holzige und auch eine erdende Note. Hinzu kommt Kardamom mit seiner ganz besonderen Würze. Kardamom ist nicht umsonst eins der beliebtesten Gewürze der Welt. Kardamom fördert zum Beispiel eine freie und leichte Atmung und hebt die Stimmung. Du merkst also, Rx ist wirklich eine ganz besondere Mischung und auch Kombination von tollen Ölen. Du kannst Rx bevorzugt im Diffuser verwenden, um eine klare und frische Umgebung zu schaffen, daheim oder auch im Büro. Außerdem eignet es sich hervorragend für Massagen oder auch als Badezusatz. Dafür nimmst du einfach drei bis fünf Tropfen Rx und ein neutrales Trägeröl, wie zum Beispiel ein fraktioniertes Kokosöl oder ein Mandelöl. Sogar als Parfum kannst du es natürlich verwenden. Dafür trägst du es dann auf die Reflexpunkte, die Handgelenke oder hinter die Ohren auf. Achte dann nur darauf, aufgrund der enthaltenen Citrusöle wie Krebfrut ist auch Rx-Photosensitiv. Das heißt, versuche dann bitte deine Haut zwölf Stunden nach dem Auftragen nicht der Sonne auszusetzen. Ja, das zitrusartige, holzige und leicht grautige Aroma ist, wie gesagt, erfrischend, erhebend und reinigend zugleich und irgendwie so eine ganz besondere Kombination. Probier es aus, ich bin mir sicher, du wirst es nicht mehr missen wollen.